Hallo, ich bin Marlene vom Luftakrobatik-Shop und du hast zu Hause ein Vertikaltuch hängen und dein kleines Geschwisterchen möchte sich auch mal reinhängen und kann aber noch gar nicht so hoch klettern. Dann zeige ich dir jetzt mal den absoluten super Vertikaltuch-Knoten. Und das Ganze geht so. Ich stehe so vom Vertikaltuch, ein Arm geht hinter das Tuch und von außen nach innen einmal um das Tuch rum. So, jetzt nehme ich mir das Tuch von unten, führe es die Hand drüber, sehe zu, dass hier das Loch schön groß ist, wo hier mein Arm durchkommt. Und habe hier so eine Schlaufe und die ziehe ich ein bisschen größer, so groß ungefähr. Ja, vielleicht noch ein bisschen größer, so je nachdem, wie lang das unten ist. Und zack, ist die Superschlaufe fertig. Dann ist es nämlich möglich, dass man hier oben drin sitzen kann. Und man kann sich hier das Tuch aufmachen, drin liegen, sich schön andrehen lassen. Und das Tolle ist, dass kleine Geschwister auch einigermaßen selbstständig reinkommen. Das hier ist übrigens immer tabu, das Tuchende, das existiert gar nicht. Also, die untere Schlaufe, ein Fuß rein, hier festhalten. Ihr könnt natürlich auch als großes Geschwisterkind helfen oder als Elternteil. Und dann, alle, hopp, ein Knie nach oben rein, noch ein Knie nach oben rein. Und dann könnt ihr euch auch reinsetzen. So, und da könnt ihr schon ganz kleine Luftakrobatikfiguren machen. Zu. So kann man auch hängen. Also, viele Möglichkeiten. So, wie kriegt man diesen schön festgezogenen, festgespielten Knoten nun wieder auf? Das macht ihr am besten zu zweit. Ich kann das schon alleine, weil ich schon ganz stark und groß bin. Und zwar habt ihr hier die zwei Enden. Und die zieht ihr, so gut wie es geht, auseinander. So, nochmal. Und zack, ist der Knoten wieder auf. Ja, und wieder rein. So rum, nehmen, durchziehen. Fertig. Und doch kein Knoten, wieder auf. So einfach ist das. Und ein Spaß für die ganze Familie. Ne, die großen unter euch, die können ja so schon mal dran hängen. Ne, solche Sachen. Oder das Ganze über Kopf. Viele Möglichkeiten. Ja, das war der super Knoten am Vertikaltuch. 控iert. Ja. Und zwar. Wenn so will, Praise the Lord.